In Star Wars kann man während den Klonkriegen schon mal das hier hören. Du hast den Bericht über die Belagerungen im Outer Rim verpasst. Oder auch das hier. Die Belagerungen im Outer Rim dauern länger als erwartet. Darum nennt man es ja auch eine Belagerung, Anakin. Aber was waren diese Belagerungen des Outer Rims? Die Outer Rim Sieges überhaupt? Und warum waren sie so wichtig? Genau das klären wir heute in diesem Video. Und ihr habt richtig, ich bin nicht Tim. Tim ist momentan im Urlaub und deswegen vertrete ich Sebastian von Star Wars Basis Tim heute in diesem Video. Okay, die Belagerungen des Outer Rims in den Klonkriegen. Einmal kurz zur Erinnerung, wie die Galaxis in Star Wars aufgebaut ist, weil das hierfür nun mal wichtig ist. Das, was ich euch hier zeige, ist eine detaillierte Karte von der Star Wars Legends Galaxis. Sowas so Detailreiches gibt es im Kanon bisher leider nicht. Die Grundidee ist im Kanon allerdings die gleiche. Die Galaxis ist, bis auf einige Ausnahmen, in verschiedene mehr oder minder kreis- bzw. scheibenförmige Sektionen aufgeteilt. In der Mitte der Galaxis liegt der schwer zu bereisende tiefe Kern, dann kommt der sehr reiche Kern und die reichen Kolonien, danach der Inner Rim, die Expansionsregion, der Mid Rim und der Outer Rim. Abgesehen vom tiefen Kern kann man bei der Star Wars Galaxis sagen, waren die Planeten im Durchschnitt im Kern dichter besiedelt und reicher und je weiter man nach außen kam, desto mehr nahm die Besiedlung und auch der Reichtum ab. Natürlich gab es überall auch Ausreißer, besonders reicher oder armer, besonders bevölkerungsreicher oder bevölkerungsärmerer Planeten. Coruscant liegt dabei in den Kernregionen und diese Belagerungen sollen ganz, ganz weit außen am äußeren Rand der Galaxis stattgefunden haben. Mit dem Wissen können wir uns anschauen, was das Ganze jetzt bedeutet. Und leider haben wir zwei mehr oder minder unterschiedliche Erklärungen, je nachdem ob wir uns jetzt Kanon oder Legends anschauen. Die Kanon Variante ist da für mich, um ehrlich zu sein, unschlüssiger und langweiliger. Laut Kanon war es bei den Klonkriegen so, dass der Konflikt sowieso eigentlich hauptsächlich im Outer Rim stattfand. Die meisten Schlachten gab es im Outer Rim, die Republik hatte anfangs aber nicht genug Ressourcen, um sich um alle Brandherde wirklich zu kümmern. Deswegen dauerte es fast zwei Jahre, bis die Republik eine riesige koordinierte Angriffswelle auf das Outer Rim unternehmen konnte. Die Belagerungen im Outer Rim. Diese zwei Jahre, die die Republik gebraucht hatte, um nicht nur hier und da einzelne Schlachten zu schlagen, sondern eine große Offensive aufzufahren, hatten die Separatisten nutzen können, um sich auf den Planeten im Outer Rim einzubuddeln und die Verteidigung da hochzufahren. Deswegen bissen sich viele republikanische Armeen an vielen dieser Planeten im Outer Rim die Zähne aus. Und anfänglich starke Offensiven der Republik konnten durch die starke Verteidigung der Separatisten teilweise vollkommen abgeschmettert werden. Das zog den Krieg in die Länge. Und deswegen auch der Begriff Belagerung, weil viele dieser Planeten mit konventionellen militärischen Methoden fast schon uneinnehmbar schienen. Dann versuchte sich General Grievous an einer Gegenoffensive, die bis nach Coruscant reichte und wir alle wissen, wie das endete. Interessanter ist hier aber, wie gesagt, wie ich finde, die Legends-Variante. Hier wird gesagt, dass die Klonkriege von Anfang an natürlich ein Galaxis-weiter Konflikt waren. Im Outer Rim gab es großen Rückhalt für die Separatisten, aber auch in allen weiteren Regionen der Galaxis fanden sich Hochburgen an Systemen, die sich eben von der Republik lösen wollten oder spätestens in den Klonkriegen taten. Da das Herz der Republik, sowie viele der wichtigsten Planeten der Republik, sich im und in der Nähe des Kerns der Galaxis befanden, konzentrierte sich die Republik zunächst mit ihren Kräften auch genau auf diese Regionen. Weiter außerhalb gab es maximal kleine Scharmützel oder Angriffe auf wirklich sehr wichtige strategische Ziele. Ansonsten wurde sich auf die Verteidigung und die Rückeroberung des Kerns und der in der Nähe liegenden Regionen konzentriert. Natürlich gab es hier auch überall in der Galaxis Schlachten. Zu Beginn lag aber einfach der Fokus der Republik darauf, den so wichtigen Kern zu schützen. Und eben vor allem die Separatisten daraus zu vertreiben. Hier dauerte es jetzt mehr als zwei Jahre für die Republik, genug Kraft aufzubringen, um große Siege im Kern und in dessen Nähe einzufahren. Was dann dazu führte, dass die Separatisten sich in den Mid- und Outer Rim zurückzogen. In den mittleren und äußeren Rand. Die Kräfte der Republik konnten folgen und die Separatisten dann auch größtenteils aus dem Mid-Rim vertreiben, wodurch die Belagerungen des äußeren Randes starteten. Hier aber eine Belagerung mehr in dem Sinne, dass die Separatisten eben im äußeren Rand gehalten werden sollten und da nicht rauskommen sollten. Nicht so sehr in dem Sinn, dass die Republik viele einzelne Systeme belagerte, auch wenn das hier und da sicherlich auch mal passierte. Um sich aus diesem Griff auf das Outer Rim zu lösen, startete Grievous dann seine riesige Offensive, die ihn schließlich nach Coruscant führte. Womit wir wieder beim Ende sind, das wir alle kennen. Damit wisst ihr auch, was die Belagerungen des Outer Rims wirklich im Kanon und in Legends waren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst Tim hier auf Stars Facts auf jeden Fall ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da und wenn ihr Lust habt, schaut gerne auch mal bei mir vorbei. Vor Urlaubs Tim wird euch hier sicherlich auch irgendwo ein Video von mir in die Endcard gepackt haben. Damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal.